Ja, Hi, Willkommen! Mein Name ist Daneo AP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Ja, ihr seht schon, was für ein Bildschirm ich bin. Gehen wir nochmal kurz zurück. Wir befinden uns gerade in Episode 7. Der Kampf in Barrios. Und ja, ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, gehen wir ja logischerweise erstmal zu den Skirmishes. Weil direkt von der Wüste wieder in die Stadt und zum Klon Wildwood. Das ist logisch! Und ja, ich weiß, dass die Schlacht in Episode 7 ein verdammt hartes ist. Deswegen werde ich jetzt einfach mal hier ein oder zwei Skirmishes noch machen. Auf normal, bitte. Um meine Einheiten ein bisschen zu trainieren, weil... Ich weiß noch genau, dass der Kampf es in sich hatte. Und sowas von in sich. Hollalalala. Und ja. Dann möchte ich lieber vorbereitet sein. In dem Wüstenkampf hier hatten wir ja auch schon ein, zwei Probleme. Und ne, das muss nicht sein. So, unnaun. Ja. Bla 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 bla. Das ist genau die gleiche Schlacht wie bei unserer ersten Mission. Wir sind wieder in zwei Camps eingeteilt. Und wir sollen einfach alle platt machen, die da sind. Ne, wir sollen eigentlich nur alle Dinger hier einsammeln. Alle... Alle Kommandoposten. So, wir nehmen mal den da. Ted und... Nancy und... Rosie und... Weiß, ob man Panzer ist. Wir wissen sowieso ja eigentlich nur da rein. Wenn ich schneller war, macht mir das so besser, glaube ich. So, unsere gute Schützin. Mehr oder weniger. Und... Wenn ich die Dinge... Ich jetzt laut... Hier, Sturmtruppe. Wenn ich... Und... Ja, einfach im Schnelldurchgang. Es ist jetzt, glaube ich, ein paar Wochen näher, seit ich was aufgenommen habe. Sachen Valkyria Chronicles. Und seit ich auch mal was hochgeladen habe. Aber... Äh... Wird natürlich super rüberkommen, wenn ich direkt mit einem Skirmisch herkomme und nicht mit der Story weitermache. Weil einige warten bestimmt fieberhaft. Boah, wie geht's denn weiter? Was passiert da in der Wüste? Oh mein Gott! Wacht der denn jetzt einen Skirmisch? Aber egal. Ja, also... Ja, so herzutzt es mir nicht. Tut mir leid. Nee. Egal. Aber ich muss trainieren. Ich werde da offscreen machen können, aber ich will ja alles zeigen. Und dann kommt wieder die Aufnahme im Spiel und so weiter und so fort. Ah, haaaack. So. Aber er muss sich wieder einspielen. So. Ich sehe vier Leute. Drei Leute. Fünf Leute. Fünf Leute. Ja. Ich glaube, hier schnell haben wir hier einfach durchgehend, desto besser. Kann ich einfach so... Unitslist. Bei dir da ist einer. Je mehr wir von denen erleben, desto besser. Glaube ich. Aber warum an denen dran zu kommen, muss ich erstmal die erleben. Glaube ich. Und dann kann ich ihn von da aus. Ich würde ihn ja nicht... Er wird ja nicht auch... Aua. Meine Karte sein, wenn ich ihn nicht sehen könnte. Komm schon. Verdammter Dreck. Bist du eigentlich für eine Scharfschütze. Kannst du auch besser hier. Zack. Aber schon. Man sieht doch nur den Kopf. Danke. Gut so. Ich glaube, je mehr war von den Eulen, ist mehr Punkte. Und hier schnell wäre ich mich so unerwählen. Ich versuche nach hier im Schnelldurchlauf alles zu machen. Wenn das bestimmt klappt wird. Das war der Witz. Das war der Witz. Nein, ist ein Panzer. Oh mein Gott. Ich habe nur den gesehen. Tatt. Könnt ihr auch aussterben? Scheiße. Ich habe keine Dinge ins hier drin. Ach. Ich kann auch nicht... Ich kann nicht auf Ausstürme. Mach mal einen Platz. ich muss dahin schnell er muss den panzer kaputt hauen kating schön es war schon die imperiale so fliegen können verdammt ich muss ein paar da töten wendy du bist so gut im töten und ein ja was zum dachten war das für eine stimme ich glaube es tut ja glaube ich auch weiter 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 wenn irgendjemand ihn nach dem tod hier also nach einem knockout berührt dann ist er auch weg wie immer du bist du bist nicht am danke jetzt eigentlich dadurch rennen versuchen mit camp einzunehmen hier 6 hau ok sie ist leichter ist auch froh wenn es weitergeht dort ist sowas von tot wir betrachten z steht nicht das wird man durch ich habe das auch auch aber wie kann denn hier so alles schief laufen jetzt irgendjemand an die schaffte läuft dann was er glaubt mit so macht man es halb tot und es schafft dich sagt das über euch aus ich glaube die franzosen da hier sind die schon krippelhardt da müsste ich noch schwerer vorstellen der jetzigen episode konnte man soll es mit einem paketenwerfer konnte ist das so schwer hier kommt der und der und der und der verdammt hätte noch mal getroffen hätte ich nicht getötet ja und alle versuchen sie zu töten und keiner schafft es einfach unglaublich verdammt der panzer mann der panzer ich habe lago kein einzigen schritt bewegt idiot kriegen von den klima aufrufen wenn wir die zerstören wer war das der blut raus hier wirkt euch mit ihren zöpfen so erwartet jetzt warte mal ich habe jetzt platz wie er ist voll eines tod ok du bist rechts gedreht ne wenn die oh gott oh gott du aber du ich dachte ich würde jetzt ruckzuck durch brettern aber natürlich habe ich nicht so viel glück schaffst du wenn es auch hier aus willst du denn das mal die schatten ja meld und so jetzt kann ich ja jemand hier rufen nimmst du mir krass der lädt noch ich bin jetzt eigentlich mit wenn die hier alles tot schießen und die basis einnehmen wir sehen 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 das ist ja noch einen guten rang so dass wir noch dicht und als scheißt du mir ein mehr töten wir und dann und wurde zu den Knie so und ob die damit gewonnen operation kompliziert ja es sind noch zwei Panzer hier aber wir haben gewonnen ok was haben wir jetzt Wehran Enemy Leader Bonus ja toll Panzer hätten wirklich Bonus gegeben ok zum Hauptquartier unsere Asche ausgeben reichen die waren auch schon glaube ich ein bisschen aufgelebt keine ahnung ok ich könnte ich könnte zwei aufleveln ich könnte Scouts aufleveln und ich könnte Ingenieure aufleveln ja noch mal hat können wir stehen ein neues potenzial und ein neuer befehl aber die letzte feld und die alleinheit ist immer gut so als ich sie schocken dabei ist blöd egal ok dann gucken wir mal ein paar neue Waffen und Rüstungen und so das wäre auch nicht schlecht ne develop weapons raffles ah verdammt 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 das permanent ok dann bräuchte ich nichts einsetzen nur irgendwie was da kann ich mir auch noch leisten geil kitzing kitzing so so kitzing nein da wäre glaube ich besser gewesen egal hm dann war es das heute aber für diesen part nee wollte ich nicht ich mache das eigentlich auch noch und ich jetzt und mach mal im nächsten part noch das nächste skirmisch also das hier mit dem Klon Wildwood weil es ja lange seit Berlin mal gesehen haben ne ich bedanke mich jedenfalls fürs zuschauen und sage tschüss und bis zum nächsten part bye bye bis zum nächsten bis zum nächsten bis zum nächsten bis zum nächsten Vielen Dank.